Alrighty, los geht's! Ich bin mal an der Runde Titanfall 2, Leute. Also ich hab bei den Loadouts jetzt nicht viel gemacht. Ist mehr oder weniger einfach erstmal ein Standard-Lowdown. Boah, das ist mega krass, dieses Impulsgewehr da. Joop, es ist immer noch fuckschnell. Und dann! Okay, this game is still fucking fun. Es ist immer noch fucking Titanfall, es ist arschschnell. Waffen fühlen sich auf den nicht besser an. Man muss auch dazu sagen, ich hab die Tech-Demo gar nicht gespielt, weil ich halt, wenn ich den Eindruck versauen wollte, von dem Game. Ich wollte es halt erst spielen, wenn es auch wirklich fertig ist halt. Und by the way, wir spielen gerade im Moment ein bisschen Materialschlag. Boah, grad noch so weggekriegt, ey. Was soll ich? Das Game ist überragend, ey. Hahaha, in der Luft weggeschossen. Das Sound-Design ist auch viel besser. Die Waffen klingen mir richtig fett einfach nur. Shit. Das ist mega nice. Aber, wann ist mein Titan ready? Kann man immer noch auf die Buddys drauf? Ja, Mann! Come on, let's go! Let's go! Ich bin vorbeigegangen. Fuck! Spawnen als Titan! So. 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 Alter, das geht so mega fett ab, das Spiel schon wieder. Oh yeah! Okay, I'm gonna be playing this. Du kannst an der Wand sogar hin und her laufen, wie cool! What the fuck, hab ich da gerade aktiviert? Wie krass ist das denn? Was hab ich denn da gerade gemacht, ey? Alter! Titanfall 2! Erstens, was sieht auch noch überragend aus? Kommt ja da auch noch dazu, ey! Get here! Ihr habt gar nix gegen mich, Leute! Alter! Die Titans, die machen ja Sachen hier! Ist ja crazy! Ja! Den Master Steve hast du! Mehr brauchst du nicht! Alter, das geht so ab! Das geht so ab! Das geht so ab! Ja, jetzt geh ich down! Verdammt, wie geht das nochmal? Verdammt, wie geht das nochmal? Ja, jetzt geh in den Wo ist er? Nein! Boah, was mach ich denn? Mein Titan! Autsch. Hier ist der Mörder-Steve. Was ist denn die... Auf was macht man denn die... Ah, da. Alter, wie fucking flüssig das Spiel halt einfach läuft. Das Spiel ist gefühlt noch schneller geworden, ey. Ja, das Spiel ist mega geil. Mega geil einfach nur. Mega fett. Mega cooles Game. Kauft euch Titanfall 2. Es ist jetzt schon einfach nur klar. Kauft euch Titanfall 2, Leute. Es ist der Burner. Das fühlt sich noch viel geiler an als Titanfall 1. Und das will schon was heißen. Das war schon mega gut vom Gameplay her. Also, wir werden in der nächsten Zeit noch sehr viel Titanfall 2 bei Ape Supreme Entertainment sehen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.